Willkommen zurück. Wir haben zwei der vier Masten gefunden und unsere oberste Priorität in dieser Folge wird es sein, lebendig zurück zum Safe-Room zu kommen. Ähm, denn ich möchte diesen Fortschritt ungern verlieren. Offensichtlich. So, sind wieder im Hauptraum, sollten wir zumindest sein. Im Hauptraum gab's leider... Äh, keinen. Ah, wir sind im OG. Okay, da unten ist eine Schreibmaschine, leider haben wir kein Farbband dabei. Aber es gab noch einen anderen Safe-Room. Ja, der ist ein bisschen weiter, da müssen wir auch an Gegnern vorbei und alles. Aber... Trotzdem, der hat höchste Priorität. Tut mir fast leid, dass ich kein... Äh... Kein Farbband dabei habe, aber wie schon gesagt, sie nehmen halt einen ganzen Inventarplatz weg, den man besser für Items gebrauchen kann, die einen am Leben halten. Hier rein, dann am... Dann am Ende des Ganges, links und dann in den Safe-Room. Risiko! Ach, ich hätte es nicht eingehen sollen. Ist hier nicht die Masse an Zombies? Ich glaube, hier waren 10. Scheiße. Müsste nur um die Ecke kommen. Nee, hier war das gar nicht. Okay, gut. Hohoho. Das Schlimmste, was sie machen könnten, wäre, einen Gegner in dem Safe-Room zu verstecken. Farbband, dahin bitte. Die Schreibmaschine. Dam, 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 dam. Lag hier eigentlich noch was? Verschiedene Arten von Serien. Viele haben eine sonderbare Farbe. Okay, keine Ahnung, was es mit Serum auf sich hat. So, jetzt können wir wieder auf Risiko gehen. Also, was heißt auf Risiko gehen? Man geht hier auf Risiko, sobald man aus der Tür rausgeht. Vom Safe-Room. Das war gut. Ach, das war nur der Raum mit dem Fake-Gewehr. War ich eigentlich bei der Treppe schon? Hallo Treppe. Hallo Marco. Ja. Ja. Das führt alles nur in Räume, die wir schon längst kennen. In- und auswendig. Cool wäre, wenn ich nochmal, und ich weiß nicht, ob dieser Raum noch betretbar, doch da ist er doch. Ich muss dafür wahrscheinlich die Treppe hier runter. Geht's hier zur Treppe? Hinter mir. Ich will jetzt nochmal in den Raum mit dem Kamin, weil ich glaube, dass die Tür dort ein Rüstungs-Symbol hatte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, so war es. Ja. Falscher Raum. Warum ist denn hier eine Treppe eingezeichnet, wenn dann gar keine da ist? Das ist komisch. Dann eher da lang? Wobei, das war die Treppe, bei der ich gerade war. Ich hatte eigentlich den Eindruck, es gäbe noch einen anderen Weg. Weil diesen Bereich hier habe ich ja erst sehr spät entdeckt. Ah, warte, das waren die Krähen. Okay. Nee, nee, die Krähen sind schon richtig. Wir machen diese Tür kaputt. Irgendwann öffnet sich diese Türanimation bestimmt und dann steht da einfach ein Zombie dahinter. Im Ladebildschirm. Fuck, wäre das scary. Ich glaube, ich muss wieder zurück in den Hauptbereich. Durchs Esszimmer. Tut mir übrigens leid, dass ich in den Resident Evil Parts relativ schweigsam bin. Aber ich versuche halt irgendwie so etwas Ähnliches wie Orientierung in meinem Kopf zu behalten. Und das ist extrem schwer. Weil dieses ganze Anwesen ja auch so extrem verwirrend sein muss. Da geht's weiter. Oh, wir müssen noch mal hier durch. Aber ich glaube, ja stimmt, hier waren ja die Hunde durchs Fenster gekommen. Ich denke mal, die kommen nicht noch mal durchs Fenster. Das wäre sehr random irgendwie. Sehr random. Und der Raum ist weg. Fuck, der Raum ist da oben. Stimmt, ich erinnere mich. Kann es sein, dass ich jetzt im Prinzip nur einen riesigen Kreis gelaufen bin? Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder bei der Treppe, wo der Safe Room ist, oder? Ja. Also im Prinzip nur einen riesigen Kreis gelaufen. Schön. Aber hier am Ende ist auch der Raum meiner Begierde. Glaube ich zumindest so in Erinnerung zu haben. Bitte sei Rüstung. Nein. Es ist Helm. Dann muss ich an der Stelle sagen, weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Also, da wir den Helmschlüssel bisher nirgendwo finden konnten, können wir uns jetzt... Und da wir mittlerweile alle Schlüssel oder alle Räume mit einem Rüstungssymbol geöffnet haben, können wir jetzt eigentlich nur noch gucken, ob wir in den roten Räumen was übersehen haben. Oh, anscheinend hatten wir doch noch nicht alle Türen mit Rüstungssymbol geöffnet. Ich werfe einfach mal die Vermutung in den Raum, dass sie die Heilkräuter nicht umsonst dahingestellt haben. So, kann ich jederzeit mischen, falls ich Inventarplatz brauche. Da war noch eine Tür. Erste-Hilfe-Kasten. Klar, den nehmen wir doch immer mit. Was auch immer er tut. Äh, Farbband gerade nicht, sonst kann ich nichts mehr tragen. Das grüne Kraut können wir ja mischen. Und der Raum bleibt jetzt natürlich bis in alle Ewigkeit rot. Weil da noch das Farbband drin liegt. Und die Tür... Die Tür geht nur mit dem Dietrich auf, das heißt, sie kann eigentlich nicht zum Hauptweg gehören. Oh, doch. Jill. Barry, ich wollte dich nicht so entschuldigen. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen, aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir, es tut mir so leid. Martin Crackhorn. Ja, verlass mich wieder. Echt eine gute Idee, Barry. Wir sollten uns immer, wenn wir uns sehen, direkt trennen. Angelhaken. Wofür zur Hölle brauchen wir einen Angelhaken? Sehr komisch. Was ist das eigentlich? Keine besonderen Merkmale. Ah, bitte sagt mir, dass die stacken. Tun sie leider nicht. Wir können die auch nicht kombinieren, oder? Nee. Weil sonst hätte ich das eine Farbband noch mitgenommen. Ich will nicht, dass wir irgendwann im Safe-Room sind und dann feststellen müssen, okay, hier ist kein Farbband mehr. Aber angeblich war da auch noch was. Aber ich verstehe es nicht. Und gest 돼요 es nicht. Ach,卞. Ach,卞. Oh. 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 Hier ist nichts mehr, also auf die rote Markierung können wir uns nicht so wirklich verlassen. Die scheint in manchen Fällen einfach nicht entfernt zu werden. So, so wirklich weitergebracht hat uns der Raum jetzt leider auch nicht. Hat sich, es war gerade so, als hätte sich das automatisch geschlossen. Oh, und eine weitere Tür für den Rüstungsschlüssel. Hier sind die alle versteckt. Ich sehe einen mit einem Schild. Axt, Schwert, Speer. Schild, Axt, Schwert, Speer. Schild? Ah, das ist so ein... Warte mal, als nächstes bestimmt das da. Wahrscheinlich kommt dann aber einer raus wieder. Die beiden. Das hier? Ist das invertiert oder fahren sie nur rein und raus? Es scheint... Okay, wir haben alle. Das finde ich jetzt schön. Leider ist das Gitter immer noch im Weg. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ah... Es passiert nichts. Ah, dahinter. Okay, wir haben die dritte Maske, Leute. Ohne Augen, Nase oder Mund. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch eine. Und dann wissen wir endlich, was sich in diesem komischen Sarg befindet. Und wir haben den Rüstungsschlüssel vollends benutzt. Das heißt, der öffnet uns jetzt keine neuen Türen mehr. Okay, sie läuft jetzt wieder, sie nimmt jetzt wieder den Rückweg. Sehr komisch. Wenn er sagte, er sah welches. Ah. Wir müssen ins Erdgeschoss. Wo sind wir? Wir sind hier oben. Schneller Weg ins Erdgeschoss wäre wahrscheinlich über diese Treppe. Die Treppe, die... Dann sind wir da. Wir müssen uns auch merken, wo der Raum ist. Der Ursprungsraum. Das ist erstes OG unten. Gibt's einen schnelleren Raum? Ja, klar. Einen schnelleren Weg, meine ich. Aber den gibt es. Ähm. Wir können direkt in den Hauptsaal zurückkehren hierdurch. Erstes OG rechts unten. Merken. Weiß jetzt nicht, ob das auf Zeit ist. Wäre sehr cool, wenn es das wäre. Würde auch Sinn machen, irgendwie. Genau, hierdurch. Und ob wir den guten Richard noch retten können, in der nächsten Folge. Und, der kann sich ja lang sein. Wir sehen uns. Wir sehen uns.